Wie sieht's aus, Freunde? Könnt ihr noch? Hey, ich hab' ich gar nicht gehört. Oh, das waren ja nur zwei Leute, also ich frag's mal nochmal. Könnt ihr noch? Ja! Habt ihr Lust nochmal zu tanzen vielleicht? Nein, ich bin's bereiter. Oh, ich frag mal nochmal. Habt ihr Lust zu tanzen? Ja! Ah ja, ihr macht das jetzt trotzdem. Egal, ob er ja gesagt hat, aber nein, so. So, also jeder sucht sich bitte genau einen Tanzpartner. Only one. Genau, einen Tanzpartner. Dann stellt ihr euch gegenüber auf und hakt den rechten Arm unter. Jeweils. Es können auch gleichgeschlechtliche Paare sein, das ist überhaupt kein Problem. Also, jeweils einen Tanzpartner gegenüber ausstellen, mit dem rechten Arm unterhaken jeweils. So, und wenn er alles richtig gemacht hat, ergibt sich jetzt eine Drehbewegung, wenn beide loslaufen. Wenn nicht, fallt er auf die Fresse, sieht auch albern aus. So, alle macht mit, stellt das Kind schnell vorne auf die Bühne hier. Komm. So. So. Alle müssen mitmachen, erst recht die Leute, die hier vorne stehen. Los, kommt schon, sucht euch einen Tanzpartner. Die beiden Herren hier vorne, mit dem Bier, trinkt schnell aus. Wir beginnen, ganz langsam, erster Gang. Kommt schon, hey. Alle machen mit. Wir beginnen, bis jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.